Willst du mal dreimal sein? Ja, okay. Entschuldigung. Entschuldigung. Ich habe es klar, dass Deutschland und Europa jetzt in need of natural gas, aber nicht so lange in der Zukunft. Und ich denke, dass Israel ist, um die Gasflüge sie jetzt haben, um den Gas in Ägypten zu bringen, und dadurch transportieren sie in Europa. Das wäre natürlich ein schönes Symbol für die Kooperation zwischen Israel und Ägypten mit Energie, und in Zukunft vielleicht mit Renewables. Wir haben eine Stunde mit dem Präsidenten gesprochen, und natürlich war es ein spezieller Tag in Israel. Und er hat in mind, dass er seine Mehrheit in der Knesset ist. Aber es war noch eine sehr intensiv und gute Diskussion. Wir hatten viele Probleme, aber wir haben vieles zu diskutieren, aber wir haben vieles zu diskutieren, um den normalen Prozess mit den arabischen Landen, die jetzt planen, um eine neue Infrastruktur zu bauen, zum Beispiel in Jordan, um das zu desalienzieren, um das Wasser zu Israel und Jordan zu bringen. Und sie haben mir erklärt, wie weit und wie weit die Pläne für diese Projekte sind, und dass es auch ein Platz gibt, für die europäische und deutsche Unternehmen, um zu kommen. Und wie Sie vielleicht wissen, ich plane, um eine große Konferenz zu gehen, am Wednesday starten, in Amman, und ich kann diese Informationen jetzt mit den Diskussionen, die ich dort habe. also die Idee, die broad Idee, dass die MENA-Region von Fossilfüllen und neue Kapazitäten von Renewables und deshalb neue Partnerschaften ist in der head von allen. Und auch der Prime Minister denkt, es ist eine gute Idee und sieht Israel als Teil der Region. Er ist also interessiert in den insularen Status von Israel für neue Partnerschaften. Und wie kamen Ihre Punkte bei der Gegenseite an? Ja, als ich in Katar war, hatten wir dieses basic framework von Energie- und Cooperation, aber ich habe gesehen, dass die RWE, die deutsche Verkaufsfirma, mit den USA gemacht hat. Es ist klar, dass der Markt eine Entscheidung gemacht hat und die RWE bekommt ihre Gas für einen der deutschen Harber aus dem USA. Und das ist lustig. Ich kann nur das framework dass die Länder bringen ihre Office zu dem Markt und dann der Markt entscheidet. Und die RWE hat, es ist nicht up für mich, zu erklären, für die USA